Hertha, Hertha, ei, 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 das Tor sieht nun wie so vorbei. Hertha, Hertha, alle sind gut, sollst der Schluss noch spätig sein. Hertha, Hertha, ei, 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 alle sind gut, alle sind gut. Hertha, 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 Hertha! Das war die 41. Spielminute. Tor für Hertha! Hertha, Hertha! Hertha, Hertha! Die Vorbeingabe von unserer Nummer 28, Adrian Luztenberger! Hertha, Hertha, Hertha! Und getrocknet, unser Nummer 9, der Oliver Dillon! Vamos! Neuer Fehlstabend, Hertha! Nummer 2! Oh Mann! Nun viel zu viel Scheißverein!